was was für eine flugroute fliegen durch den kanal von dem puff aus kann es gehen da freust du dich doch bestimmt drüber kommen wir so ein Fluggerät diese Runde es war einfach mal die Kurs die Küste oben mit langen Abfahren sie dann können wir auf die 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 das ordentliche fliegen und wieder zurück immer direkt eins zu Beginn finden oder safe call machen wir das dann wir fliegen uns zum dinner diese Runde pack so viel Benzin ein wie der Rucksack hergibt links von mir sind zwei boys vier boys fünf boys die gehen scheinbar hier direkt runter viele boys ich glaube das sind wirklich noch mehr aber ich glaube die gehen alle hier runter ich neckel mir das Moped und ich gehe weg ja dann auf der Straße Richtung Kameshki landet einer weißt du was ich bringe dir das Fluggerät ich bin die 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 das kann ich dir die Borde muss das Benzin finden ich hoffe ich finde jetzt aber auch hier ist benzin wohl bei dir ja ja okay ich komme ich schuldig ab nein ich habe keine muni mehr ich hab dir mal voll viel geübt nein und von der anderen seite denken ab schon neue muni er hat nicht mehr viel ich habe ihn ein paar mal gehitzert es reicht immer noch nicht muss jetzt hier runter und zu mir hast du das benzin hat er ist hoch selbst nicht eingepackt sein homie kommt ab in der in der hütte hast du stress aber ich hab die netze auch da ich habe nur eine mission ja ich glaube der tipp hat auch gerade schon geguckt der mit dem tachir oh der hat das kaputt gemacht dann fahr mal um die küste weiter entlang und kameshki raus nicht 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 Das ist ein Schuss, ich glaube. Das ist aber scheiße, dass da kein Benzin drin ist. Was ist denn hier los? Ich bin ein bisschen überrascht hier von der Kurve. Ich bin ein bisschen überrascht. 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 Ach ja. So. Boah, voll hier. Alter, nein. Ja, nein. Oh, okay. Wenn man in die Luft fliegt, dann wird man langsam. Ein Gleiter, ne? Langsam. Alter, der pendelt ja super, das Teil, ey. Man verbraucht ganz gut Energie, ne? Also, äh, Benzin. Ja. Guck dich mal rauf. Fahr mal dahin, zu den Häusern. Äh, da fahren? Äh, waff, äh? Äh, ja, See fliegen. See fliegen. Ey. Das war ein nice, das Teil, ne? Ja. Gemütlich so. Man wird so aufs Maul bekommen. Wenn du da mit so, also in die Endzone fährst. Mhh. Aber so für Kameshki, äh, Mini, ist das, das Teil schon geil, glaub ich dann. So die Strecke. Ja. Oder von Sarkina, Mini. Äh, ja. Das hab ich auch gemeint. Was ist das? Da rede ich dafür nicht. See, landen. See, ein bisschen nervös. Wieder mal so. Hahaha. Lass das Teil mal raushalten. So nicht hin. Tempo versteckt den bald. Ah, geht doch. Nichts denn. Alter. Du sollst auch von Gas zu geben. Alter. Oh, steck mal aus. Alles. Alles. See, Rucksack. See, Veki. Ich glaub das, das Update ist das große Veki-Update. Ich bin echt kaum eine andere Waffe. Das come back. Das come no back. Benzin einpacken, ne? Benzin einpacken, ne? See. Hier ist auch ne Zweierweste. Und ne Zweierhem. Daniel muss wieder mitspielen, der ist super wichtig ist. Hey, Daniel, wir müssen noch mal miteinander zocken. Ach, schön. Du hast das vermisst, mit mir zu zocken. Nee, aber du hast immer so viel Benzin dabei. Nee, aber du hast immer so viel Benzin dabei. Ach, da kommt noch einer. No back. No back. was war noch so in deinem ersten haus zwei sack und doch zwei sack zwei weste zwei helm falls du da noch irgendwas brauchst ja auch zwei sekunden zwei westen und moment doch ich glaube die weste war unten und zwar sagt müsste rum gewesen sein zu frisch 2 energy tatsächlich bin ich so abgesehen von aufsätzen oder eigentlich ganz gut ausgerüstet ich habe mit zweis hofforten und bewegst du dich wo ist die scheiß fest und in dem badezimmer ich hab doch gesagt wirst es warum hier ist das badezimmer verdammte angst ich hab nichts zu gehört hier in energy hier in energy benzin hab ich nicht gefunden so ein feck wo müssen wir dann hin fliegen willst du mal fliegen ich genieße das noch ein bisschen die zeit kann ich gemütlich erinnern wenn wir jetzt andere nobacks in der luft treffen dann machen wir dann krassen luftkampf soll ich dann ballern ja wie hoch geht das teil weiß ich nicht ja da war irgendwas wenn man je höher man fliegt desto irgendwas wird das glaube und stabiler oder wie soweit war das das ist irgendwie gelesen das ist nur ein bleib da ne ja bei meins 200 meter sind wir in der luft ne stimmt wo steht das link hast du siehst du vielleicht gar nicht ich als pilot sehe ich hier sowieso ich kann gerade auch gar nicht mehr nach oben ziehen der geht von alleine runter jetzt bringen wir wieder hoch aber wir verlieren stark an tempo dadurch ja 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 stimmt ich glaube die motorleistung war die motorleistung nimmt glaube ich ab je höher man ist war das vielleicht so ich weiß nicht irgendwas war auf jeden fall wie gesagt ach guck ein cap weggestellen so links vorher erst mehr naja müssen gleich landen wir haben nicht mehr so vielen sien dann flieg rechts rechts über den see da also knapp unter den seeا eigentlich links sorry Ich würde gerade sagen, echt? Ich habe auf der Map geguckt Markiert, ach so, hast du markiert, okay Achilliger Flug, Entschuldigung, die Turbulenzen in der Luft Und ich Oh, das ist keine Guti, oder? Moment, Motor ausmachen? Komm, man kommt mal vorwärts, wenn man die Motor ausmacht, ey Ich weiß nicht, ob das gerade so eine kluge Idee ist Wir werden jetzt hier schon beschossen von den Krippen Wenn wir jetzt hier landen Ich weiß nicht, ob das so smart ist Oh, entscheide Wir müssen hier landen Nee, wir kriegen das aber hoch Ich krieg das aber hoch Sind eigentlich alle so ein Kassiv-Ging-Gleiter hier Wir haben auch keinem was getan Sind nur neidisch Ich glaube, die sind echt neidisch Man hupen, schade Sind eigentlich überall warm auf der Straße Ist ja gerade noch ein anderer, oder ist das unser Profehler? Ist unserer Ich hab grad irgendwie so, wenn es jetzt so round liegt Land auf dem Dach vom Gebäude, kriegst du das hin? Welches im Dach? Von nem, äh Polizeistation? Oder Polizeistation, egal Ja, Polizeistation, da kannst du ja nicht hoch Das könnte natürlich volle Kalle schiefgehen Das kann ich Zweiter Anlauf Ja, dafür waren wir grad viel zu schnell Ah, scheiße Ah, nein, hier ist was Ich steig nicht aus Oder war das das? Oder? Der Pflügel hat grad irgendwie so komisch gepufft Ich dachte, wir wären beschossen worden Sind auch beschossen worden Okay Ich dachte, das wäre closer gewesen, wenn wir schon so zu fahren Wollen wir es nochmal drehen? Ja, wir haben nicht mehr viel Benzin, wenn wir hier noch was finden, dann können wir das machen, aber ansonsten lohnt sich das nicht Oh ja, scheiße Na, packen wir mal die Schotte hier was Das hier ist die Ah, hier ist Benzin Das hier ist das scheiß, äh Nice Dann wird dann wieder los hier, oder? Ja Ja Muss man nur gucken, wo wir hier genügend sind Ich glaube, man kann nicht rückwärts fahren Doch, jetzt geht's doch kein Ich weiß nicht, ob wir hier irgendwie rauskommen wieder Um irgendwo genügend Tempo zu holen Das sieht hier doch sehr Doch, das klappt Nice Kaputt Gut, das ging jetzt nicht anders mit der Zone, aber Es ist egal Hochziehen, hochziehen Hochziehen, hochziehen Ist es Was? Jetzt ist er vom Haus runtergeschossen Scheiße Der Rest fahren auf jeden Fall Typen dann Gleich An den Clipen Wir fliegen uns in die Top 10 Safe call In dem scheiß Wald ist jetzt Safe call was Würde ich auch sagen Warum sehe ich das Flugzeug nicht? Ich höre es doch Warum hat der unser Flugzeug getroffen? Und wo schießt er? Oh Fröschen, wir müssen gleich runter Wir haben jetzt ein paar Mal gut hintereinander getroffen Ich habe jetzt viele Taufelsrutschen Aber frech Hallo Jungen Geh hinter uns, das ist ein Flugzeuggraf Römer Ah Ich kann nicht genau hinter Ich kann nur seitlich Wo ist er? So, jetzt sind wir hinter dem Oh, sorry Ach, das hast du Ach Also, ich weiß nicht Egal wer es bei euch Oh Irgendwie wäre es lustig, wenn ich down gehen würde Muss ich sagen Das hier alleine Ich darf aber nicht in die blaue Zone komplett Oh, nein Ich geht au Gott Sanfte Landung ich muss sagen der headshot hat die rauf ich muss den nachladen ich hatte leider nur 19 schuss magazin mit der weg wie du kennst das problem aber lustig ja ich habe nur mit der schotty weggehört behauptet einfach mal wenn ich ein volles magazin gehabt hätte jetzt schon gut also wir haben das fliegen gehabt das können wir jetzt abhaken ich weiß nicht wann ich getroffen habe hinter dem teil hergeflogen sind